Politisch Verfolgte genießen Asylrecht Was ist von diesem Satz geblieben? Politisch Verfolgte genießen Asylrecht Was ist von diesem Satz geblieben? Wir haben unsere Augen, also schauen wir uns um Immer wir auf sich Wir haben unsere Stimmen, also bleiben wir nicht um Immer wir auf sich Wir haben unsere Sprachen, also sprechen wir uns auf Immer wir auf sich Wir haben unsere Geschichten, an jede Wand, an jedes Haus Immer wir auf sich Wir waren vier Frauen, unter 61 Männern Es kommt mir vor wie gestern, ich kann mich noch gut erinnern Hätten wir uns damals nicht gewährt Dann säßen wir immer noch In der Küche unterm Herd Ah, 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 ah Sohn Anzasta Ah, 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 ah ah Oh, na Anda Sohn Anzasta Untertitelung des ZDF, 2020